hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge haus flipper wir waren in der letzten folge in einem totalen schweinestall stehen geblieben und heute geht es weiter dass wir das haus bereinigen reparieren und 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 so wasserzulauf wasserablauf für die waschmaschine so anscheinend haben wir freie auswahl das ist eine einbau waschmaschine einbau heißt ja man kann auch was drauf bauen egal wir nehmen die mit montieren ja das ist jetzt die rückwand ich weiß nicht warum normalerweise ist das in deutschland nicht so dass man die rückwand erst ab macht fragt mich nicht warum die das wollen das sind ja die feststellschrauben dass sich die trommel nicht dreht und alles die muss man ja wenn die waschmaschine geliefert wird rausnehmen ansonsten dreht sich überhaupt nichts macht man sie an ohne die schrauben raus zu machen würde es ja würde die maschine einfach kaputt gehen so keine ahnung warum die wollen dass man hier unbedingt die rückseite noch ab macht aber gut vielleicht als anschauungsobjekt dass ich dann die trommel drinnen bewegt und dreht ne hier warte hallo da wasserzulauf und der wasserablauf maschine steht in dem zimmer sind wir fertig hier waren wir auch überall fertig ja geht es hier weiter wenn ich das hier sehe ich frage mich immer noch wie leute so leben können oder wie leute das vermietern antun können so eine wohnung zu hinterlassen das ist doch einfach nur eklig 91 prozent schmutz weg 97 irgendwo ist noch etwas dreck hängen geblieben da war der dreck fleck so stuhl hinstellen natürlich so montieren die geräte fenster reinigen ja hier erst mal eine heizung wieder ran so irgendwie ist in jedem haus fehlen immer die heizung sind die hier so begehrten amerika weil das ist ja amiland aber gut ich sag nichts dazu so hier sind wir fertig wir haben schon 3200 euro verdient ich habe extra auf euro gestellt hier wieder so viele flaschen alter ist klar ihr so fies so tür zu hier reinigen so sauber ist es streiche weiß das machen wir als erstes hier verbessern ne als erstes die heizung so weil wir da eh schon drinnen waren im menü so jetzt wird weiß gestrichen weiß kaufe viel aber das ist ein schöner übergang hier was war das da war ja ruckzuck alle auf einmal ja so kann man es auch machen einfach mal eine bahn auslassen so einmal über eckmalern und ich habe jetzt schon extra mehr farbe gekauft und ich würde jetzt so lachen wenn zwei reichen würden so 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 es hätten zwei ausgereicht dieses mal egal man kann es nicht verkaufen schön ähm Fenster reinigen ja vorher stellen wir hier die Möbel alle ordentlich wieder hin ja kann so bleiben Fenster Nummer eins ist sauber und jetzt kommt Nummer zwei dran so so wir haben alles erfüllt und wir haben 4200 Euro bekommen die holen wir natürlich ab denn jetzt kann man bei uns in unserem kleinen Büro weitermachen wir haben 35.000 Dollar auf dem Konto Konto können wir jetzt wir können das immer noch nicht hey aber äh hier ich will mehr Geld haben ähm sonstiges wir beschw- äh hallo her her äh äh zubehör äh nein ich würde ich würde gern Gardinen haben ähm hä das müsste eigentlich unter Wände ne unter sonstiges fallen äh ne hier Türen und Fenster haha ähm ähm so ach das sind diese Neumodern aus Metall geräumodern aus oh k ja r ja er r Ihr habt nichts gesehen Nein, nein Scheiße, welche Farbe habe ich hier genommen Ich glaube, Frühlingsgras war das So Da war nie was, da wird nie was sein Äh, so Türen und Fenster Schade, das geht nicht so, wie ich mir das gehofft habe Ähm Ja, nehmen wir die da So Nummer eins Und noch eine zweite Ja, unsere kleine Hütte hier, die wird langsam Und Nummer drei Was machen wir jetzt eigentlich im Bad? Hängen wir uns da auch eine Jalousie noch ran? Ich denke mal schon Ähm Da hängen wir uns aber in den Geschossen ran Und das muss ja keiner beim Duschen beobachten Es gibt genug Perverse So Sehr schön Es wird langsam wohnlich Oh, ich habe Strom Dann Weg mit der Weg mit dem Wir rauchen nicht in der Wohnung Äh, Lampen Äh, Lampen Da Äh, Deckenlampen Äh, die machen wir ein bisschen schräg rein Und zwar So Läuft Äh Äh Ich bin jetzt gerade am überlegen Verkauf ich die oder Nee Ich weiß es, nee Und machen wir hier überhaupt noch irgendwas in der Hütte Bevor wir uns ein neues holen Ja, wir machen noch ein bisschen was Ähm Eingangstür Jetzt muss ich ganz kurz was gucken Habe ich hier noch Farbe dran? Egal, vielleicht brauchen wir das ja nicht Ich hätte gern so eine Tür mit Knauf Jupp, der Knauf ist draußen Egal Scheiße Egal, stört nicht So, was machen wir hier hin? Machen wir hier eine Schiebetür hin? Gibt's hier sowas? Sauna, Glastür Oh, nee, schade Ähm Na dann Helles Holz Jupp, die sitzt richtig dritte Sehr schön Ähm Wir brauchen noch was zum Kochen In unserer kleinen Hütte Küche 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 So, Nummer 1 Küche bleibt schlicht und ergreifend erst einmal nur weiß Hier können wir später immer noch farbig machen So, dann weiß ich schon was dort in die Ecke kommt Ähm Können wir sowas noch hier irgendwo anbringen? Naja, nee, nicht wirklich Dann Holen wir uns noch dazu Elektronische Ausrüstung Und zwar würde ich sagen Einen kleinen Kühlschrank Den mal da in die Ecke stellen Cool Ähm Und wir brauchen noch Dadurch, dass wir keinen Herdanschluss haben Induktionskochplatten Das ist ein Gasherd Gasherd Hier haben wir Induktionsherd Wir nehmen den So Und natürlich Nicht zu vergessen Noch ein bisschen Deko Ähm Das müsste unter Sonstiges fallen Jetzt muss ich ganz kurz gucken Habe ich hier Haken Da Ne, habe ich keine Haken dran Okay Interessant Ähm Deko, ja Ähm Ähm Aber ich hätte gern ein Bild Oder sowas Was an der Wand War Was Was Warum Alles klar Hier gibt es erstmal Ein fettes Liebesbett Und ein Ähm What the fuck Ja Hier kann man sich ein fettes Aufnahmestudio einrichten Und alles Im Gamingzimmer Läuft Also Kinder Ja Und Ihr wisst bescheid No Was wir demnächst mal Und so machen werden Würde ich so Ähm Ähm Ja Muss ich dazu Irgendwas sagen Ich glaube nicht Oder Nein Das will ich nicht Schmucke Unter Schmucke fällt das Da haben wir Schmucke Ja Was hängen wir uns auf Wir sind ein Kerl Wir mögen Haldus So Äh Und eine Pflanze Kommt noch mit rein Ich würde sagen Die kleine hier Reicht aus So Ja Das war es dann aber auch schon Mit der Folge Für heute Oh 20 Minuten Ja gut Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr lasst einen Daumen nach oben Da lasst Kommentare Da und ich hoffe wir sehen uns Zum nächsten Video Bis dann bleibt entspannt Genießt den Tag Und bye bye Bis dann Bis dann Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020